Musik Erdbeben, Tsunami, atomare Bedrohung und Wintereinbruch. Die Überlebenden brauchen unsere Hilfe. Setzen wir ein Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe. Unsere Schulgemeinschaft hilft dem leidgeprüften japanischen Volk. Die Spenden gehen je zur Hälfte an die Hilfsprojekte Rotes Kreuz und Caritas. Ich bitte um ihre Spende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017